Hallo, hallo, ich heiße Marco Michalczyk, ich bin Spoken Word Künstler und ich möchte euch sehr gerne den Just People Kurs von Micha Deutschland ans Herz legen. Es ist ein Kurs, wo es um Themen rund um Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit geht und ich dürfte vier Gedichte dazu beisteuern. Möchte ich euch sehr ans Herz legen, checkt es mal aus. Es ist dir ja gesagt, hab mich oft gefragt, was sich wohl ein Wesen wünscht, das alles mal geschaffen hat und sich selbst genügt. Und hat er Hände und greift sie zum Stift und liebt er das Schreiben genauso wie ich. Und ist es ein rastloses Ring, bis sie stolz aufs Gelingen der Zeilen am Ende mit sich endgültig zufrieden ist. Was für ein alberner Satz, aber was, wenn er wortwörtlich Wunschzettel verfasst. Was wird sich wohl ein Wesen wünschen, das offensichtlich alles hat? Es ist dir ja gesagt, es ist mir ja gesagt, mir staubgestaltetem Erdenmensch, der für sich Göttliches beansprucht und sich als Ebenbild erkennt. Es ist mir ja gesagt, mir, letztgeborenem, am sechsten Tag gemachten, dem das Herz in die Hand gelegten, um gut darauf zu achten. Es ist mir ja gesagt, mir, der auf dem blauen Punkt den Feuerball umkreisenden, der sich für die Krone hält und alles sich zu eigen nimmt. Es ist mir ja gesagt, mir, Menschen, Kinder, Kollektiv und uns. Vielleicht, dass uns die Worte fehlen, wir hätten nichts gewusst. Es ist mir ja gesagt, mir, Mitglied der Menschenfamilie, Gerechtigkeit, Demut und dieses vertrackte Wort Liebe stehen auf dem Wunschzettel geschrieben. Verknittert auf den Weg geschickt und unter unserem ganzen Zeug, glaube ich, muss der doch irgendwo noch liegen. Verknittert auf den Weg geschickt und unter dem Weg geschickt und unter dem Weg geschickt. Verknittert auf den Weg geschickt und unter dem Weg geschickt. Verknittert auf den Weg geschickt und unter dem Weg geschickt. Verknittert auf den Weg geschickt und unter dem Weg geschickt. Verknittert auf den Weg geschickt. Verknittert auf den Weg geschickt. Verknittert auf den Weg geschickt.